Das war der Beginn einer Songbegleitung im Stil von Adele und das ist auch das Thema unseres Classic Song im Acoustic Player 221. Ich zeige euch eine Möglichkeit, wie man eine Begleitung, die im Original als eine typische Klavierballade gelegt ist, auf die Gitarre übertragen kann. Wir sind der Tonart A-Dur. Die Akkorde sind, sag ich mal, gut durchmischt, aber nicht allzu schwierig. Ich habe auch noch ein paar besondere gitarristische Akkorde eingebaut, damit er sich ein bisschen abhebt von der Einheitskost und, kann ich euch schon verraten, die große Herausforderung wird hier sein, den Anschlag-Marathon über ein paar Minuten in der Anschlaghand zu meistern. Im Acoustic Player gehen wir das ganze Takt für Takt durch. Ich zeige euch sehr genau die Arbeit für die Anschlaghand, die Akkorde für die Greifhand und wie das klingt, habt ihr eben schon mal kurz gehört und könnt jetzt noch mal ganz kurz in den zugehörigen Jam-Track reinhören. Ich hoffe, wir sehen uns beim Acoustic Player 221 und dort auch beim Workshop Classic Song. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020